Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schwimmen wir mal auf TeamMolia, ein 1-2-1 Turnier. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell die Aufnahme hier starten. Mit dabei ist der Schmiegler. Ja, hiya. So, wir nehmen jetzt hier ein bisschen auf. Es hat auch einen ganz coolen Grund, nämlich habe ich jetzt öfters vorhin in den Streams vielleicht auch mal 1-2-1 Turniere zu machen. Das Ding ist, ich habe jetzt den Premium Plus dran bekommen auf dem TeamMolia Server. Also richtig, richtig cool. Da nochmal ein dickes Dankeschön an das Team auf jeden Fall. Da kann ich jetzt hier auf jeden Fall ein paar nette Turniere machen. Und ich habe auch vor, eine kleine Serie zu starten. Und zwar schlagt den Freezel, Leute. Da könnt ihr dann dran teilnehmen. Das wird dann wahrscheinlich so ein Best-of-Five-Format sein, wo ihr 1-2-1 gegen mich machen könnt. Und der, der gewinnt, muss ich dann schauen, was mit dem passiert. Und der, der verliert, muss ich dann halt auch schauen, was mit dem passiert. Vielleicht passiert gar nichts, vielleicht passiert irgendwas Besonderes. So muss ich mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann vor, so ein kleines Zuschauer-Format zu machen. Deswegen könnt ihr euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren bewerben. Und dann einfach mal vielleicht dabei euren Skype-Namen schreiben oder so. Und dann adde ich euch auf Skype und dann machen wir das auf jeden Fall so klar. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, werde ich den natürlich auch verlinken. So habt ihr auf jeden Fall mal die Chance, mit mir aufzunehmen sozusagen. Und habt halt die Chance, ja, mal in einer Aufnahme dabei zu sein. Das wollte ich nur nochmal so sagen. Freut euch auf jeden Fall auch auf einige Streams auf TeamMolia. Also das wird hier hauptsächlich dann der 1 vs. 1-Server bleiben. Und Gommo und Mein sucht dann dementsprechend die anderen Minigames-Server. Und ja, so. Der ist gerade irgendwie ein bisschen allein. Das ist halt ein bisschen lame. Äh, aber egal. Da kommen... Hier sind wir wohl nur 1 vs. 1. Ja. Sollten vielleicht... Oh, jetzt sind sie zu zweit. Ja, 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 okay. Jetzt sind sie eh zu zweit. Tut mir auf jeden Fall leid an denen, mate. Ja, wow. Nee, oder? Ist er wieder da? Ah ja, er ist wieder da. Okay, er ist wieder da. Okay, alles gut. Ja, mal schauen, wie weit wir so in diesem Turnier kommen, Leute. Ich bin mal gespannt. Hab das gerade, äh... Erstellt und so. Ja, also ist auf jeden Fall ganz nice. Ähm, er schreibt Warte, oder ist es der? Nee, das ist gar nicht der. Okay. Dann passt es auf jeden Fall. Ähm... Ja, ich werde euch auf jeden Fall gleich noch als Beweis natürlich das Nick-Tool zeigen. Ich denke mal, die meisten glauben mir. Aber ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Weil es war schon immer so ein kleiner Traum, mal auf solchen Servern dann so einen Rang zu bekommen und so. Hauptsächlich wollte ich das halt eh haben, damit ich Turniere erstellen kann für die Community und so. Aber allein dann trotzdem mal vielleicht das Nick-Feature zu haben oder so, ist, denke ich, mal eine ganz coole Sache. Ähm, auf so einem Server finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich ist das dann hier für 1 vs. 1 und ich bin tot. Krieg's hin? Ja, und ich bin nicht am halben Serz. Vielleicht Bo-Swim den oder so, wenn's klappt. Oh, nee, ich kann wegrennen. Okay, ich renne jetzt so ein bisschen. Dann rennen kurz weg, dann werde ich tatsächlich mal auch ein bisschen cutten. Wow. Oder du stirbst einfach. Okay, aber wir haben noch zwei. Ja. Aber die Map finde ich ganz cool. Das erinnert mich wieder an alte Zeiten mit 1 vs. 1 und so. Das ist ganz cool, eigentlich. Nicht in meinen Schuss reinlaufen. Ich glaube, wir können uns eklat in der Bildschirm. Oh, lol. Der hat mich so hart geboost, während der Bogen macht ja so viel Schaden wegen Ketten. Oh, die sind hier schon wieder zu zweit. Warum kommt die immer zu zweit in der Lage? Ja, deren Teamkoordinierung ist umfangs ganz gut und wow. Bist du tot? Nein. Aber fast. Ja, ich fast. Ja, ich. Alter, wie gut sind die? Ja, wir sind einfach scheiße und sind jetzt schon raus, oder? Ja. Ne, ich glaube nicht. Oder doch, ihr seid aus dem Turnier ausgeschieden. Ja, moin. Super auf jeden Fall. Ja, super auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Turnier. Okay. So, wir sind jetzt hier nochmal ganz kurz in ein Lobby und ihr seht, ich habe hier mein krasses Nick-Tool. Ja, ja. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich in einem weiteren Turnier wieder. Bis gleich. So, Leute, sind wir jetzt in einem Turnier. Wir sind gerade in der ersten Runde, haben wir halt nicht mitgespielt, weil ich habe halt das relativ früh gestartet, damit wir hier auch ein paar Aufnahmen kriegen, weil manche joinen irgendwie nicht in die Turniere rein. Ich denke, in den Streams ist es halt ein bisschen cooler mit den Turnieren. So, warte mal. Die haben wir gerade verloren, glaube ich, ne? Oh mein Gott. An den erinnere ich mich. Oder wohl? Nee, 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 die haben wir vorhin besiegt. Nee, doch nicht. Warte, chill, 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 chill. Renn weg, sonst. Nee, komm. Nice. Nice. Der Bogen macht halt richtig viel Schaden in der Ankettenrüstung. Das ist halt schon krass. Wir haben jetzt übrigens eingestellt, dass wir eine Runde brauchen zum Weiterkommen. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich schon weiter. Ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir jetzt in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Finalrunde ist oder so. Wir haben gerade eigentlich wieder automatisch gewonnen. Ja, wir haben ein bisschen zu früh gestartet. Ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt... Sowjet, ähm... Wir wissen halt auch nicht, ob die anderen schon öfters gespielt haben. Deswegen wissen wir natürlich auch nicht, wie gut die sind. Müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen. Oh mein Gott. Aber ich werde auf jeden Fall bald in den nächsten Videos, äh, auch bei 1.0.1 und auf jeden Fall auch in den Streams ein besseres Kit wählen, weil da ist es ja schon relativ schnell vorbei hier mit Kettenrüstung. Ich meine, der Bogen macht irgendwie zwei Herzschaden und so. Muss man halt mal schauen. So, oh mein Gott, der kommt, der kommt, der kommt. Schmiegler, Schmiegler. Ja, warte, ich... Ja, warte, ich stehe. Ja, warte, ich stehe... Ja, warte, ich stehe. Ja, warte, ich stehe. Ja, warte, ich stehe. Ich habe nur ein Hit gegeben, egal. Und der andere... Ach ja, das verliere ich. Ja, okay. Warte, nee, ich schaffe das noch. Du bist ein Totschmiegler. du bist der Ton Schwiegler Scheiße, er geht sich weiter vos das wär lustig, wenn du die jetzt echt noch weggett hättest oh nein, wir sind schon wieder dran Qualifikation ist halt immer noch, das ist die Quidditch-Map, Alder für uns Harry Potter Fans geil wow, S-Boy, richtig weggerägt Ups richtig weggerägt das ist ne richtige Snape-Ball Alter, er vertrat richtig mit seinem Bow Aim Ich habe auch gerade, okay jetzt nicht mehr. Ich habe gerade keinen Bow Aim No Joke, so komm Komm jetzt, okay, let's go. Das Team müssen wir kriegen. Wenn wir das Team kriegen, sind wir doch safe weiter. Ja, dürfen. Oh shit, er hat uns angeschossen Whip, der Bow spammt halt so ein bisschen Ich block jetzt mal wieder. Hast du den? Na, ich weiß nicht Ich glaube, oder? Er Bow spammt mich. Der eine hat irgendwie ein Herz Oh mein Gott, fuck, egal Ja, wir sind noch mal dran, Alter. Ja, wir haben noch eine Chance Ja, die sieht eigentlich voll cool aus, aber da kann man sich halt nirgendswo verstecken Das ist halt auch nicht so cool. Oh mein Gott Ach man Ui, ich riete dich, Joke. Jetzt habe ich eine Aua Schmiegler, gib mir Deckung Okay, warte Dann falle ich auf zu mir So, komm Ich will gern Ach man, jetzt hast du wahrscheinlich meinen Pfeil abgeblockt Alter, was hat der Hartmann für einen Bow Rage? Ich höre, ja, ja Bist du tot? Ne, noch nicht, aber die muss dann gehen Warte, ich versuche den von hinten zu holen Komm zu zweit auf ihn Ich habe 1,5 Herz, also Oh mein Gott, komm Okay, nice Achtung, der andere kommt auch Ich bin gleich tot, Füße Warte Ja, ich booste ihn, scheiße Ich wollte ihn, egal Ja, nice, wir haben ihn Nice Nice Okay, es geht direkt weiter, okay, das ist krass Wir sind gut Warte, wir gehen mal nach da hinten Ich habe gesagt, sein Mate ist schlecht Warte, warte, komm, komm, komm Wir müssen uns hier so ein bisschen vercampen, dass wir ein bisschen Schutz haben Wir haben hier mehr Bauer bei der Webgrit, die zu uns kommen Ja, die Map ist aber ganz cool eigentlich Da kann man sich gut irgendwo Deckung suchen So Ja, wo bist du, Alter Warte, lass mal da hoch Ja, da können wir uns doch völlig treffen Chill Ich habe einen Hit mitgegeben Ja, die sind gerade wieder zu zweit Ich habe keine Fälle mehr Ich habe einen getroffen Ja, hier liegen Pfeile rum Ja, ich habe ja auch Zweimal getroffen, der eine rennt weg, Alter Okay Wir sollten mal versuchen, hier irgendwie links, aber die sehen uns dann auch Ja, die haben wir schon gesehen Ich habe keine Pfeile mehr, ne Wir sollten mal gucken, dass wir auf einen gehen, oder so Ja, die sind zu zweit, scheiße Ja, ich bin halt vielleicht Ich glaube, wir hätten das schon wieder verloren Ja Ja Warte, sind wir jetzt raus? Wir sind Zweiter Ne, wir sind Zweiter Wir sind Zweiter, ja okay, das war eigentlich ganz gut Nur weil drei Teams gut gemacht haben Ja Ja, keine Ahnung wie viel genau Aber es ist ja auch egal, also Wir haben trotzdem ganz okay gespielt, können wir schon sagen Ja, dann würde ich sagen Bewerbt euch auf den Kommentaren Vielleicht seid ihr in der nächsten Aufnahme dabei Oder in der übernächsten, wann auch immer das Format startet Ja, schaut die Streams an, dann können wir vielleicht ein bisschen ein paar coole Community Turniere spielen, wenn ihr das wollt Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Haut rein und ciao 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 Ciao